Der wendische Schafkopf ist ein Kartenspiel für vier Personen, das mit einem Skatblatt, also 32 Karten mit französischem Bild gespielt wird. Rangfolge der Karten Jede Farbe besteht aus sechs Kartenwerten, deren Rangfolge BZGL. Der Stichkraft wie folgt ist, As größer als Zehner, größer als König, größer als Neuner, größer als Achter, größer als Siebener. Die Damen und Buben sind nicht in die Farben eingereiht, sondern fungieren als permanente Trümpfe. Die Trümpfe stehen von vornherein fest. Der höchste Trumpf sind die Damen, dann folgen die Buben und zwar jeweils in der Reihenfolge Kreuz, Pik, Herz und Karo. Als zusätzliche Farbe ist immer Karo-Trumpf, wobei die Hierarchie der Kartenwerte innerhalb der Trumpffarbe erhalten bleibt. Somit existieren insgesamt 14 Trümpfe. Spielweise Die Karten werden in zwei Gängen zu je vier Karten ausgeteilt. Der wendische Schafkopf ist ein Partnerspiel und zwar spielen immer die Besitzer der beiden schwarzen Damen zusammen. Hat ein Spieler die beiden schwarzen Damen auf der Hand, kann er sich entscheiden, ob er ein Solo oder aber eine Hochzeit spielt. Entscheidet er sich für eine Hochzeit, ruft der seinen Mitspieler. Im Gegensatz zum bayerischen Schafkopf muss es sich hierbei nicht zwingend um ein Ass handeln. Der Spieler kann sich jede beliebige Karte aussuchen. Er kann aber auch bestimmen, dass er derjenige, der den ersten Stich macht, sein Mitspieler werden soll. Hält der Besitzer der beiden schwarzen Damen sein Blatt hingegen für stark genug, das Spiel allein bestreiten zu können. So sagt er nichts und spielt ein stilles Solo gegen die anderen Spieler. Die Trumpffarbe ändert sich nicht. Bei der Spielform Lust Solo erklärt ein Spieler bereits nach der Kartenausgabe, dass er alleine spielen möchte. Damen und Buben bleiben als ständige Trümpfe erhalten. Die zusätzliche Trumpffarbe darf jedoch der Solospieler bestimmen. Neben dem Karo-Solo können also auch Kreuz-Solo, Pik-Solo oder Herz-Solo angesagt werden. Der Alleinspieler muss bei einem Lust-Solo allerdings nicht zwingend die beiden schwarzen Damen besitzen. Je nach Vereinbarung kann bestimmt werden, dass jeder Spieler eine bestimmte Anzahl von Solospielen innerhalb einer Partie zu spielen hat. Beim Wendtischen Schafkopf gilt Farbzwang, was bedeutet, dass auf eine ausgespielte Farbe stets eine Spielkarte der entsprechenden Farbe zugegeben werden muss. Trumpfzwang und Stichzwang gelten beim Wendtischen Schafkopf nicht. Wertung Gewonnen hat die Partei der beiden Alten, wenn sie mindestens 61 Punkte hat. Die Partei mit weniger als 30 Punkten ist Schneider und bleibt eine Partei ohne jeden Stich, ist sie schwarz. Die Wertung regelt sich aufgrund vorher getroffen einer Vereinbarung. Es ist Brauch aus der Kasse zu spielen, in die jeder Spieler vor Beginn des Spieles eine bestimmte Summe einzahlt. Varianten Wie bei vielen Kartenspielen existieren auch beim Wendtischen Schafkopf mehrere Varianten. Grundsätzlich gelten beim Dreivensch dem Spiel zu dritt dieselben Regeln wie beim Wendtischen Schafkopf. Die Kartenverteilung ist wie beim Skat drei, vier, drei Karten. Allerdings werden nicht nach dem ersten, sondern erst nach dem zwei, Gang zwei Karten in die Mitte gelegt. Diese zwei Karten nimmt nach dem Teilen derjenige mit der Kreuzdame auf und tauscht diese gegen zwei andere aus. Dieser Spieler wird somit zum Alleinspieler. Die beiden anderen Spieler bilden zusammen die gegnerische Partei. Beim Dreivensch gibt es also nur Solospiele. Nur wenn keiner der drei Spieler ein Solospiel wagen will, spielt jeder gegen jeden. Beim Spiel zu dritt mit sogenannten scharfen Karten werden alle Neuner, Achter und Siebener aus dem Kartendeck entfernt, sodass sich nur mehr 20 Karten im Spiel befinden. Jedem Spieler werden sechs Karten zugeteilt. Auch bei dieser Variante werden zwei Karten in den Skat abgelegt. Wendischer Schafkopf zu zweit Für diese Spielform wird das volle 32 Spielkarten umfassende Kartendeck benötigt. Jeder Spieler erhält 16 Karten. Dazu werden jedem Spieler zwei Reihen verdeckte Karten ausgeteilt, wobei pro Reihe vier Karten mit der Rückseite nach oben nebeneinander liegen. Auf jede dieser verdeckten Karten wird dann eine aufgedeckte Karte gelegt, sodass jeder Spieler acht verdeckte Karten und acht sichtbare Karten besitzt. Auch die eigenen verdeckten Karten dürfen anfangs nicht eingesehen werden. Zunächst wird mit den sichtbaren Karten gespielt. Wird eine Karte ausgespielt, so wird die darunter liegende verdeckte Spielkarte umgedreht. Permanente Trümpfe sind die Damen und Buben sowie alle Karten der Farbe Karo. Ansonsten gelten die bereits beschriebenen Regeln des ventischen Schafkopfes. Bezüglich der Kartenverteilung der Spielsituation und des Spielprinzips besteht eine starke Ähnlichkeit zum Offiziers Skat. Prosper des Schafkopfes Ausges indo by